Herzlich Willkommen hier beim Wheel of MMA Podcast. Wir hatten heute Nacht eine spannende UFC Fight Night Brian Ortega vs. The Korean Zombie im Main Event. Aber ich denke, wir sollten trotzdem einmal über die Prelims sprechen. Denn wir hatten einmal Junjung Park vs. John Phillips. John Phillips kennt vielleicht die einen oder anderen von euch noch vor seinem Fight gegen Hamza Chimaev. Und Junjung Park hat dort einen neuen Rekord aufgestellt mit den meisten Schlägen am Boden. Über 300 waren es insgesamt. Und das Witzige, es gab einen kleinen witzigen Moment. Er fragte sogar noch im Octagon-Interview, als Daniel Komi ihm sagte, hey, du hast hier gerade einen Rekord gebrochen. Dann fragte er ihn, echt, sogar den von Hamza Chimaev. Und dann, ja, genau. Und ja, witziger Moment, guter Kampf. Ebenfalls sehr, sehr besonderer Moment in den Prelims war Guram Kutatelatze vs. Matthäus Gamrot. Denn Matthäus Gamrot, ja, hat einen sauberen Fight abgeliefert, sah gut aus. Guram ebenfalls. Guram hat diesen Kampf dann bekommen. Er sagte aber im Octagon-Interview, dass er sich darüber nicht freut. Er sagte, this is number one. Ja, Bullshit im Endeffekt. Und er hat sich diesen Sieg nicht verdient. Sein Gegner hätte ihn bekommen müssen. Er freut sich nicht. Er ist dankbar, aber er freut sich nicht. Ja, sowas sieht man auch nicht oft, ne? Dass ein Kämpfer offen und ehrlich sagt, hey, diese Decision gehört eigentlich ihm und nicht mir. Auf jeden Fall was Besonderes. Dann springen wir rüber zum Co-Man-Event. Jessica Andrush vs. Catelyn Chukagian. Ich muss sagen, Jessica Andrush ist wirklich eine sehr, sehr gute Kämpferin. Wir haben sie zuletzt gegen Rose gesehen, gegen Thurg Rose, namens Younes. Und da sah sie auch, je länger der Kampf ging, umso besser aus. Klar, Andrush ist ebenfalls ehemalige Championess. Wir erinnern uns an diesen brutalen Slam gegen Rose, wodurch sie den Gürtel gewonnen hat, in einem Kampf, den sie vorher verloren hat. Und sah jetzt gut aus. Hat diesen Fight in der ersten Runde gefinisht. Welcher Kampf übrigens nicht gefinisht worden ist, war das Main Event. Brian Ortega vs. The Korean Zombie. Chan Sung Jung. Und ich persönlich muss sagen, und jeder, der meine Prognose kennt, weiß, ich bin überrascht. Ich bin überrascht, dass Brian Ortega im Stand so gut in diesen Kampf gegangen ist. Es war aber auch ein Gedanke, den ich im Vorfeld hatte. Ich hatte auch zu meinem guten Freund Matthias Botthoff gesagt, hey, Brian Ortega ist jetzt zwei Jahre weg gewesen. Natürlich ist sein Brasiliener Jiu-Jitsu auf einem sehr, sehr, sehr hohen Level und auf einem Elite-Niveau. Was, wenn er diese zwei Jahre aber auch vor allem dafür genutzt hat, sein Striking zu verbessern? Und auf einmal sehen wir einen Spinning Elbow. Auf einmal sehen wir, wie Korean Zombie von Brian Ortega gedroppt wird. Und dann sehen wir einen Brian Ortega, der fünf Runden gegen einen Korean Zombie gewinnt. Ich persönlich habe nicht damit gerechnet. Ich hätte viel eher damit gerechnet, dass Korean Zombie wie ein Bulldozer über Brian Ortega drüber rollen wird. Ich habe damit gerechnet, dass wir einen Finish vielleicht sogar sehen werden. Einfach weil Korean Zombie diese Power hat, prinzipiell. Brian Ortega sah super gut aus. Natürlich müssen wir uns aber auch die Frage stellen, okay, jetzt soll er scheinbar gegen Alexander Wolkanowski kämpfen. Wird es gegen Wolkanowski reichen? Wolkanowski, dessen Legkicks gleichzusetzen sind mit einer Holzachst, die gerade einen Baum fällt im Wald? Ich denke, das dürfte schwierig werden. Wolkanowski ist ein super Athlet. Und ja, er steckt sehr viel Kritik ein, weil viele sagen, Moment mal, ja, schöner, guter Kämpfer, alles schön und gut, aber den zweiten Kampf gegen Holloway hat er nicht gewonnen, sagen viele. Prinzipiell denke ich schon, dass Wolkanowski, ah, der das doch gewonnen hat. Ich erinnere mich, dass Holloway eben am Anfang sehr gut war und später dann nicht mehr. Aber hier soll es gar nicht um Holloway vs. Wolkanowski 2 gehen, sondern Wolkanowski vs. Ortega, denn das ist der Kampf, den wir sehen werden. Was ist jetzt mit Korean Zombie? Wir haben noch einige großartige Kämpfer. Vergesst mir bitte nicht einen Calvin Keitar. Vergesst mir bitte auch keinen Jeremy Stevens. Vergesst mir bitte keinen Zabit Magomed Sharipov. Das Federgewicht ist wirklich stacked, ist wirklich eine sehr, sehr schöne und sehr geile Gewichtsklasse. Ich freue mich auf die Kämpfe in der Zukunft. Und dann würde ich sagen, springen wir auch einmal rüber zur nächsten, ja, gar nicht zur nächsten UFC Fight Night, natürlich, sondern zum nächsten UFC Pay-Per-View, denn Samstag auf Sonntag ist es soweit. Khabib Nurmagomedov vs. Justin Gage. Ich gebe hier einen kleinen Überblick über die Fight Card, allen voran über die Main Card, denn klar, es wird in den kommenden Tagen eine ausführliche Prognose geben. Ich werde ebenfalls hier eine zweite Podcast-Episode aufnehmen und sehr, sehr ausführlich über Khabib vs. Gage sprechen, über Robert Whittaker vs. Jared Cannonier und Co. Deshalb, erstmal einen kleinen Überblick über die Fight Card. Die Prognose gibt es zu einem späteren Zeitpunkt. Wir haben im Main Event natürlich Khabib vs. Gage. Co-Main Event, Robert Whittaker vs. Jared Cannonier. Super guter Fight, da freue ich mich wirklich drauf. Dann haben wir einen Heavyweight Fight. Alexander Volkov vs. Walt Harris. Darauf darf man sich auch freuen. Volkov, super Fighter. Walt Harris sah in seinem letzten Fight gegen Overeem auch sehr gut aus, wurde dann aber plötzlich doch eher gefinished, einfach weil er, ja, anfangs diesen Fight nicht finishen konnte. Er hat da alle Kraft reingesteckt gegen Overeem. Overeem hat das Ganze überlebt, beziehungsweise der Ref hat nicht abgebrochen und später war dann eben die Puste weg und Overeem konnte Walt Harris finishen. Dann haben wir Magomed Ankalaev vs. John Kucelawa das fünfte Mal, dass wir die beiden sehen sollen. Einmal haben wir die beiden gesehen. Manche von euch erinnern sich an das Finish. Nun ist der Kampf zum fünften Mal angesetzt. Dann haben wir in den Prelims Umar Nurmagomedov vs. Sergej Morozov. Daun Jung vs. Sam Elvey. Wir haben Stefan Struwe gegen Taytui Vaza. Das ist auch ein Fight, auf den ich mich freuen werde. Wir haben Liana Jujua gegen Miranda Maverick. Phil Horst gegen Jacob Malkuhn. Casey Kenney vs. Nathaniel Wood. Nathaniel Wood muss man auf jeden Fall im Auge behalten. Alex Oliveira kämpft gegen Shavgat Rachmonov. Alex Oliveira kennt vielleicht einige von euch. Hat letztens erst noch gegen Peter Subota gekämpft. Und Joel Alvarez vs. Alexander Yakovlev. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Pay-Per-View. Wie gesagt, das ist die Fight Card laut Topology. Sechs Tage sind es noch bis dahin. Falls ihr euch die UFC Fight Night im Real Life anschauen wollt oder Khabib vs. Gaethje anschauen wollt, so folgt doch dem WeLoveMMA Account auf Instagram. Dort seht ihr in der Story immer wieder die Möglichkeit, sich für einen Gratismonat bei The Zone anzumelden. Und deshalb würde ich sagen, sollte man die Chance auch nutzen. Ich danke euch fürs Zuhören. Wir sehen uns in den kommenden Tagen bei der Prognose für Khabib vs. Gaethje. Ich freue mich drauf. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Barabes colours. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.